Hallo und wahrscheinlich zum letzten Mal herzlich Willkommen zu Mario Galaxy 2. Wir holen uns heute, oder vielleicht auch nicht heute, den letzten Stern. Wuhu! Es wird spannend und ziemlich episch. Ich weiß nicht, vielleicht... Ach, hat er, hat er tot? Gib mir bitte One-Ups. Ah, ich brauch One-Ups. Ich weiß nicht, eigentlich sollte ich vielleicht Mario nehmen, oder? Ich weiß nicht. Wir nehmen Luigi. Scheiß drauf. Ich möchte gerne da oben hin. Das wird... Oh, ich bin heiß. Jetzt geht's los, Mann. Letzter Part. Heute ist vielleicht sogar das einjährige Jubiläum des Let's Plays. Weiß nicht. Ich hab halt keine Parts, die ich diesen ganzen Monat jetzt noch bringen kann. Obwohl, so viele... Das sind ja, glaube ich, noch zwei Wochen, ne? Egal. Großmeister der Galaxie. Ja, ey! So, das ist jetzt... Das ist alles, was wir im Letz-Part gemacht haben. Mit einem Lebenspunkt. Die ekligen Letz-Player würden das jetzt so machen. Äh, Anspielung. Dass sie, ähm... Einfach die Versuche, die sie nicht schaffen, rausschneiden, aber... Sondern bin ich ja nicht. Mach das... Mach das ganz... Mach das ganz offiziell hier. Das ist quasi Darky-Official, ähm... Gameplay. Wir sind hier quasi live im... Im Leben. Wow! Alter, die Sensorleiste, ne? Ich tu die mal ein bisschen hier vorne hinpacken. Aber ich glaube, es gibt auch keine Checkpoints. Von daher ist es egal, wie viele Leben ich hab. Den... Ich glaube, ich hatte da früher immer eine ganz interessante Route. Alter. Irgendwie, irgendwie hab ich... Ich hab die Galaxie so lange nicht mehr gesehen. Es ist schon... Irgendwie mag ich sie. Oh. Okay. Das ist ja gar nicht mehr so schwer, ne? Aber diese Stelle erinnere ich mich halt auch supergut, irgendwie. Aber ich bin da auch ziemlich oft gestorben früher. Ich weiß nicht, wieso. Nee, 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 nee mal geschafft oder doch das könnte sein oder vielleicht auch nicht weil keiner mit Prozent die 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 der die 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 so ihr könnt jetzt ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben was eure Lieblingsstelle aus dem Let's Flame waren hehehe ja das hatte ja schon ziemlich geile Stellen ne auf jeden Fall wow ok dann haben sie noch zwei Wolken am Schlüssel dann schauen wie lange noch hehehe hehehe das Tolle ist natürlich auch wenn man noch Wolken Ouija ist obwohl wir müssen jetzt eigentlich die ganze Zeit durchgehend Wolken Ouija sein ach egal scheiß drauf scheiß drauf dass man viel weiter springen kann beziehungsweise viel höher wow das war ein bisschen knapp sie wuuh scheu scheu scheiße oh manno ok das wird sehr unterhaltsam auf jeden Fall denn das werden wir jetzt so ungefähr 50 mal sehen mindestens dann sagen wir höchstens höchstens 50 mal Ah, bin ja, bin ja ein schneller, ne? Super, die Musik. Ich liebe sie. Ich liebe sie so hart, ey. Voll geil. So. Andere die jetzt nur über Platz und weil sie unbedingt sehen wollen, wie ich hier feilte Seid richtig eklig Geile Bugs Wir sind jetzt auf der Reise von so was distanziere ich mich von lustigen Lol Momenten Lol Das hat hier nichts zu suchen. Jetzt kommt Serious Business. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich doch irgendwas raus. Oder ich mache einfach drei Parts oder so. Ich muss ja runter. Ach, es ist ein schönes Spiel. Ich wollte das tatsächlich sehr lange mal wieder spielen. Das Let's Play hat es mir jetzt endlich ermöglicht. Jetzt endlich. Hatte ja... Ja, genau. Endlich. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt seit einem Jahr schon mache. Das Let's Play. Knapp. Aber hey, das ist voll in Ordnung. Der Volketten wird es dann nicht mehr verschwemmt müssen, aber scheiß drauf. Die sind cool und haben Swag. Boah, ich bin so gut hier. Ich skill hier durch wie nix. Boah, noch zwei Wolken, Mann. Scheiße. Egal. Noch eine Wolke. Wow. Das ist ein Erfolgserlebnis. Welche Stelle kommt jetzt? Oh. Gott. Boah, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, ne? Hätte ich nicht gut gefunden. Ich bin so gut. Nein. Bitte hier. Stehen. Bleiben. Und dann... will ich nicht meine Wolke verschwenden. Oh Gott, jetzt kommt die Stelle. Hey, man kann wirklich an denen vorbeilaufen. Du-du-du-du-du-du-dub. So. Mal schauen, wie weit wir kommen. Toll. Wow. Okay, du gehst da weg Man will übersagen, sind wir schon hier, ne? Das geht ziemlich schnell Okay Einer ist ausgeschaltet Bam Alter Nein Wow Alter, Alter Ja Ich bin so gut Ich bin so gut, Mann Ich bin so gut, Mann Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut Es hat ja 10 Minuten gedauert Ich hab da monatelang dran gegangen, früher Und das ist übrigens nicht Fake, hier, ne? Das ist, ich weiß nicht, wie ich's beweist soll, aber Ihr müsst mir vertrauen Mein Gott, ich bin so gut Hallo, na? Du bist also derjenige, der alle verstreuten Sterne eingesammelt hat Mhm Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken Die Daten werden in die Geschichte des Kosmos neu schreiben Wie viel der Glanz der Sterne für ewig auf dich scheint Alter So easy, ich bin so gut Ich weiß nicht, kann ich da reingehen? Nein, kann ich nicht Okay Dann sammeln wir jetzt den letzten Stern ein Und damit erkläre ich dieses Let's Play für beendet Ich danke euch Fürs Zuschauen Und vor allem den, die länger dabei waren und nicht nur zwei, drei Parts geschaut haben, ne? Ich glaub, 10 ist ungefähr 50 Parts? 60 Parts? Irgendwie sowas 55, glaub ich Alter So gut Ich glaub es nicht Sieht fast so aus Als wäre gerade die Hüterin der Luma, die auf den Deck erschienen Wow Episch Es ist eine Ewigkeit, ja seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe Aber es hat sich nicht verändert Oh snap Ich bin so gut Ich bin so guter Spieler Beneidet mich alle Haha Ah, ich feier mich Hm, richtig hart Was passiert, wenn ich auf Rosalinas Kopf springe? Episch Okay Ich möchte dir meinen Dank aussprechen Cool Ja Meine Belohnung Für die 100% Ach ja Schön Also Rosalina Die alte Fotze Ich schau mal, kann ich bei dem noch irgendwas einlagern? Hallo, ich bin der Lager tot Na, mir kannst du deinen Städten Hallo Ich glaub ich kann bei dem nichts mehr einlagern, oder? Ja, bitte Nee, kann ich nicht, schade Verlassen Okay Dann wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen Und Wir sehen uns wahrscheinlich nicht beim nächsten Let's Play, weil ihr euch denkt Oh, was ist das für ein Idiot Oh Was ist das für ein Idiot? Bei dem schau ich doch nicht noch was Ja Geil Danke euch fürs Zuschauen Und, ähm, jo Tschüss, ne? Tschüss